Musik Heute ist Fortsetzung von dem Thema Gebet, um wie viel das wichtig ist. Und dann gehen wir ins Fasten über. Weil diese zwei Dinge miteinander verbunden sind. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wo wir stehen geblieben sind, aber ich denke, diesen Punkt haben wir noch nicht besprochen. Weil Gebet, das ist kein zeitbegrenztes Lebensstil. Jetzt schaut, der Zustand von heute, Geistlich, Seelisch, Physisch, Das ist das Ergebnis von den Gebeten von früher. Das Problem bei uns Gläubigen, Wir beten dann, wenn wir Probleme haben. Es kommt ein Problem, wir fangen an zu beten gegen das Problem. Ist das Problem verschwunden? Wir entspannen uns. Und ich sage immer, das ist nicht richtig. Wir sollen beten, um Erkenntnis Gottes, sich ihm nähern. Und wenn auf dem Weg Probleme kommen, die werden kommen und gehen. Потому что, wenn ich nur dann bete, wenn ich Probleme habe, und wenn das Problem dann weg ist, dann habe ich keinen Sinn mehr zu beten. Dann, natürlich, es gibt kein geistliches Material zum Bauen, und dann kommt halt das nächste Problem, damit wir wieder beten. Und so beten die Gläubigen von einem Problem zum nächsten und leben in so einem problematischen Leben. Aber wenn das Gebet ein Lebensstil wird, das ist eine Investition in die Zukunft. Wie arbeiten die Banken? Ihr möchtet, wenn ihr eine... Ich habe den Anfang verloren. Wir investieren ja eine Summe, eine große Summe, um hinterher... Und zu irgendwelchen Prozenten. Und danach bekommen wir die Prozenten zurück. Und leben auf diesen Prozenten. Wenn wir jetzt eine Million Euro bekommen, und diese Million können wir auf unterschiedliche Art und Weise gebrauchen. Der eine kauft sich ein Haus und ein Auto und verbraucht die ganze Million. Der andere legt das Geld in irgendeine aufblühende Firma. Und jeder wird auf seine eigene Art und Weise leben. Irgendjemand legt das auf die Bank und wird jeden Monat 12.000 Euro bekommen. Und er wird mit 12.000 Euro im Monat leben und wird glücklich sein. Jemand wird ein Auto und ein Haus kaufen und wird weiter arbeiten gehen. Und ein anderer wird das, wird vielleicht das Geld in eine aufblühende Firma investieren und wird nicht nur 12%, sondern 50% davon wieder zurückbekommen. Und er wird diese 50.000 Euro wieder in eine andere Firma investieren und wird neue Erträge bekommen. Pостоianna wкладывать ständig etwas investieren, hineinlegen in die Zukunft und so sein geistliches Kapital zu erweitern. Versteht ihr? Man kann das Gebet hineinlegen und dann so ein bisschen, ja, ein bisschen das so erhalten so ein bisschen und dann mit dem, ja, so leben, so mittelleben. Wenn wir aber beständig investieren, dann wird es abenteuerlich. Поэтому, это должно стать нашим Stilem жизни. Deshalb, das soll unser Lebensstil werden. Wir haben kein anderes Kapital, als das Gebet. Es gibt drei Arten von Gebet. Das ist einmal Soaking. Das ist dann so ein starkes, ein lautes, proklamierendes Gebet. Und ein Gebet des Betrachtens. Das kommt gerade so in Mode. Aber alles Neue ist das Altvergessene. Die erste Gemeinde, die hat meistens sich beschäftigt mit dem Gebet des Betrachtens und den ganzen Mönchern, die sich da so bewegt haben. Wenn wir beten, wir haben schon darüber gesprochen, wir beten auf der Ebene der Gedanken. Und das Gebet muss überhaupt ein Dialog sein, wie ein, ja, man nimmt teil an einem, an einem, an einem, an einem Teilnehmen. Ja. Von Gott und, ja, Interaktion, ja? Ja. Von beiden Seiten, genau. Also, wenn ich bete, aus mir kommt ja etwas raus. Aber jetzt sollte auch irgendetwas in mich hineingehen. Wir haben hier gebetet. Und jetzt warten wir, was kommt denn jetzt von Gott. Wenn wir beten, wenn aus uns jetzt irgendwie ein Wohlgeruch kommt, ein Feuer, ja, das ist Materie, die aus uns kommt. Wir haben genauso darüber gesprochen, dass Gottes Herrlichkeit auch Materie ist. Und wenn wir jetzt also beten und uns nach Gott ausstrecken und ihm unser Gebet geben, dann haben wir auch das Recht, etwas von Gott zu erwarten. Zum Beispiel, wenn mein Sohn zu mir kommt, er bittet mich um etwas oder sagt mir etwas und er wartet eine Reaktion. Er sagt nicht und dreht sich hinterher um und geht weg. Wisst ihr, wo das Problem bei den Kindern Gottes ist? Wir haben uns ausgesprochen und sind dann gegangen. Das ist unser menschliches Denken. Kommt ein Mensch zu mir und kommt und erzählt und erzählt. Ich höre zu, verstehe. Und dann atmet er so tief durch und sagt, Oh, das war aber ein gutes Gespräch. Ah, ich habe aber noch gar nichts gesagt. Das ist eine typische menschliche Kommunikation oder die Denkweise. Nun, es ist gut, dann habe ich den Menschen glücklich gemacht. Was brauche ich mehr, wenn der Mensch glücklich ist? So gehen wir mit Gott auch um. Wir haben uns ausgesprochen. Wir haben uns ausgesprochen. Das war aber ein tolles Gebet. Aber nichts Gutes war dabei. Weil in diesem Moment, wo ich empfangen sollte, bin ich weggegangen. Was erwarte ich denn zurück? Wenn ich mich im Gebet durch Tränken, also im Soaking befinde, das, was von mir herausgetreten ist, zu Gott hin, jetzt ist die Zeit, dass auch von Gott was kommt, in mich hinein. Und in diesem Moment muss man einfach erwarten. Aber erwarten nicht in so einem angestrengten Zustand. Nicht, dass ich gleich einen Schlag kriege. Weil der Heilige Geist, wie sagt Jesus, der ist wie der Wind. Du weißt gar nicht, woher er kommt. Er bewirkt etwas in dir. Du kannst es spüren. Du kannst es auf so einer starken Ebene spüren, auch körperlich. Er bewirkt etwas und dann geht er. Und deswegen, многие skuchают подсознательно. Deshalb, viele langweilen sich unter... Nein, skuchают, vermissen. Okay, viele vermissen es. Почему? Потому что они чувствуют, что где-то неудовлетворены молитвой. Weil die spüren, dass irgendwo die nicht zufrieden sind mit dem Gebet. Und wenn du aber wartest und der Heilige Geist in dich hineingeht, в этот момент важно правильно отреагировать. In diesem Moment ist es wichtig, richtig zu reagieren. Просто как бы впитывать, как бы втягивать в себя. Einfach das einsaugen, in sich hineindringen lassen. Знаете, мы когда воду пьем, или сок, особенно дети, они так... Wisst ihr, wenn wir Wasser trinken oder Saft, besonders die Kinder, die saugen das in sich hinein. А это идет всасывание практически всей душой и телом. Und das ist aber ein Einsaugen praktisch mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Körper. И когда Дух Святой приходит, он приходит как волны. И Давид в своем Псалме говорит, und wenn der Heilige Geist kommt, der kommt wie Wellen. Und David sagt im Psalm, dass deine Wellen über mich gekommen sind. Знаете, северное сияние, оно колышется. Кто видел северное сияние? Wisst ihr, diese Nordlichter, die bewegen sich hier. Знаете, как они вот... Вот как бы вы описали чувствование, которое вот так вот колышется? Wie würdet ihr das Gefühl beschreiben, was sich so, auf so eine Art und Weise bringt? Вы знаете, как они переливаются, да? Wisst ihr, wie sie ineinander fließen? Во время молитвы, пропитки, вот такое происходит на уровне тела. In der Zeit dieses Gebet, dieses Durchtränkens, sowas passiert auf der körperlichen Ebene. оно происходит на духовном, душевном, и тело реагирует. Das passiert auf dem geistlichen und seelischen, aber der Körper реагiert darauf. Поэтому, когда приходит волна такая, deshalb, wenn so eine Welle kommt, и приходит внутри, как колыхание, und innen drin so ein Wehen kommt, колыхание, такое, вот как северное сияние колышется. So ähnlich, wie diese Nordlichter sich bewegt. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? Не уходить от молитвы. Geht nicht raus aus dem Gebet. Дух Святой сам уйдет, когда будет все закончено. Der Heilige Geist wird selber gehen, wenn alles fertig ist. Многие не дожидаются, когда Дух Святой закончат, они встают и уходят. Viele warten es nicht mal ab, bis der Heilige Geist fertig ist. Die stehen auf und gehen. Пришло первое движение. Es kommt die erste Bewegung. И они потом раз такое Затишье. Они встают и уходят. Они stehen auf и идут. Когда Дух Святой закончат, вы прочувствуйте и поймете. Wenn der Heilige Geist это закончится, вы это спюре и понимаете. Потому что когда все происходит на духовном уровне, оно отражается на физическом. Когда твой Дух душа будет наполнены, wenn dein Geist und deine Seele gefüllt wird на духовном уровне, на котором ты есть, и твое тело успокоится в уповании. und dein Körper wird sich beruhigen in der Hoffnung, in Vertrauen. Упование это упился, напился, упился, напился, уповать это не всегда надежда, это не всегда надежда. Это сейчас это старославянское сейчас упование. Das ist ein altrussisches Wort, hat mehrere bedeutungen, hat nicht nur Hoffnung, nicht Vertrauen. Когда я надеюсь, это значит, я в таком насыщенном состоянии, в таком спокойном состоянии. В насыщенном состоянии. Wenn ich in Hoffnung bin, dann bin ich in so einem gesättigten Zustand. И также упование это не просто надежда, упование это насыщенность. Und genauso dieses Vertrauen, würde ich sagen, das ist nicht nur einfach diese Hoffnung, sondern das ist diese völlige gesättigte надежды в том, что все уже хорошо и будет хорошо. И вот это состояние приходит на все уровни. И наша Genетика обновляется и наша Genетика она делится и она копирует саму себя. Губки наша Genетика teilt и копирует себя в определенном периоде. И представьте, болезни передаются, опыт плохой, все копируется. И вдруг приходит хороший опыт. насыщение и вот например я сейчас уже не помню но например возьмем месяц через месяц делится Genетика. Я не знаю, но возьмем 1 Monат в 1 Monат это не правильно. мы возьмем период. Месяц. не коррект, но мы возьмем это просто месяц. И вот теперь смотрите каждый день вы переживаете насыщение. Jetzt guckt, jeden Tag вы насыщены. Ihr seid gesättigt. Все хорошо. Alles ist gut. Ваши Нервы успокоены. Вы полной Божьей Славы. Доверие. 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 Потому что когда приходит Дух Святой он все это с собой приносит. Не для кого-то а и вот что происходит через месяц делится ДНК ДНК по-русски ДНК делится какую информацию передаст ДНК дальше а потом еще больше Какая передаст информация И поэтому Калиб мог сказать я в 80 лет так же крепкий как и в 40 А А Сару еще в лет 70 в Гарем забрали и мы не хотим в Гарем но мы хотим хорошо выглядеть правда натурально красиво естественно красиво естественно красиво мы поняли суть дела пропитки да понимаете если я сегодня помолился пропитался и потом целый месяц злился не надо надеяться что там что-то изменится если я сегодня бетет и меня komplett дурят и меня и меня не не ничего случилось понимаете регулярность регулярность играет огромную роль регулярность регулярность если я например малюся сегодня 10 минут и Дух Святой меня за 10 минут наполнил и ушел то через месяц мне это будет мало если я сегодня 10 минут бете и я притягиваю и я иду в пару дней или в 1 месяц уже меньше потому что мы захотим больше и поэтому мы всегда вот так смотрим на помазанников у нас слюнки тикут мы тоже так хотим но они начинали вот так но они но они начинали с дыханием когда тело наполняется уходит усталость приходит обновление сил а когда происходит обновление то больные клетки получают энергию на выздоровление но если эта erне то то они будут информацию о здоровье Deshalb, in der Zeit dieses Durchtränkens, bitte, schlaft nicht ein. Warum? Weil es kommt eine Dehnung der Grenzen. Wenn wir zu der Grenze kommen, es kommt so ein Druck, dass man abgeschaltet wird. Deshalb versucht, in dieser Zeit, leise in Sprachen zu beten. Wenn wir anfangen zu beten, wir beten mit dem Verstand, dann fangen wir an, im Geist zu beten. Wenn dann aber diese Berührung des Heiligen Geistes kommt, hört auf zu beten. Ich sage, dass es euch durchtränkt. Ich sage jetzt, und einige von euch, das passiert jetzt gerade, ihr empfangt das. Aber wenn ihr dann in eurem Zimmer seid, da wird meine Stimme nicht da sein. Da kommt einfach diese sanfte Berührung des Heiligen Geistes innen drin. Alles fängt mit dem Durchtränken an. Ich kann nichts geben, wenn ich nichts habe. Deshalb, wenn ich durchtränkt, gesättigt bin, durchtränkt bin und satt bin, und der Heilige Geist in mich und über mich und überall mich berührt hat, hat mein Nervensystem wieder hergestellt, meine Muskeln. Dann kann ich weitergehen, nicht an diesem Tag, aber überhaupt zu einem agressiven Gebet. Weil hier muss man wieder geben. Давать. Oggen, 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 Oggen. Es ist ein feuriges Gebet, besonders bei einer Evangelisation. Aber in diesem Gebet muss man wieder geben, aber wenn da nichts ist, so kann ich auch nichts geben. Ich kann laut schreien dann, aber Feuer und Kraft wird in diesem Gebet nicht sein. Es wird nur ein Ton sein. Deswegen, wenn ich so durchtränkt bin, so voll bin, dass ich hier schon ganzes Fass habe, und dann beginne ich an zu proklamieren oder Feuerrecht zu beten, es kommt Kraft raus. Weil ich habe die ja irgendwo genommen. Ich habe die in der Zeit von Söcking gesammelt. Und dann in der Zeit von Söcking gesammelt. Und dann in einem Gebetstreffen das rausgegeben hat. Und manchmal, wenn der Mensch schon schwach ist oder müde ist und eigentlich leer ist und versucht dann laut und feurig zu beten, dann kommt einfach eine emotionale Anspannung. Und es geht noch mehr Kraft raus. Поэтому, um etwas zu geben, muss man nehmen. Поэтому, wer sich für den Dienst vorbereitet, weiß Bescheid. Du kannst nichts geben, wenn du nicht vorher empfangen hast. Поэтому, сначала взять у Бога, а потом уже дать людям. Deshalb, erstmal bei Gott nehmen und dann kannst du schon Menschen geben. Und genau das, das ist das Brot, das vom Himmel kommt. Ich meine jetzt nicht Jesus Christus, ich meine das, das, wonach die Menschen in der Gemeinde hungern. Und wenn du dann пропитаешься полностью und потом приходишь в Собрание, wenn du dann aber völlig voll bist, gesättigt bist und dann in die Gemeinde kommst, oder für jemanden betest, dann werden die hungrigen Menschen satt. Mit dieser göttlichen Substanz davon werden die Menschen satt. Und deshalb kommen die Menschen hier und sagen, oh Gott ist hier irgendwie so nah. Потому что здесь уже есть люди, которые приносят Бога в Собрание, так сказать. Hier sind schon Menschen, die Gott hierhin bringen. И поэтому смысл не присасываться к этим людям, deshalb der Sinn liegt nicht daran, sich an diese Menschen anzuklemmen, а научиться, как они это делают. Sondern zu lernen, wie die das machen. Чтобы потом самостоятельно получать этот хлеб. Um hinterher selbstständig dieses Brot zu bekommen. Der Heilige Geist ist der Geist Christi. Und Jesus sagt, ich bin Brot, der vom Himmel kommt. Amen. Что такое молитва созерцание? Was ist das Gebet des Betrachtens? Ich считаю, это высший уровень молитв. Ich halte es für eine hohe Form des Gebetes. Древние Monarchи, они все практиковали молитв. Die alten Mönche, die haben das alle практиziert. Da ist es nie langweilig. Wenn du schon erfüllt bist mit Gott, oder Gott eine bestimmte Mission oder Funktion für dich vorgesehen hat? Wir haben die gleiche salbung. Wir reagieren sogar fast auf die gleichen Prediger. Und dann Gott начинает in eine tiefere молитва. Dann bringt der Herr noch ein tieferes Gebet. Ein Gebet des Betrachtens. Ich werde das jetzt von meiner Position beschreiben. Ich habe so eine Sehnsucht nach mir. Ich habe das so selten. Weil ich noch nicht diese Möglichkeit dazu habe. Das passiert in einer langen Zeit, wenn man alleine ist mit Gott. Also mehrere Tage. Also Familienmenschen haben es schwer mit so einem Gebet beschäftigt. Die ganze Hausarbeit und Kinder. Das ist so ein Privileg. Deswegen verstehe ich diese Mönche, die wirklich tagelang sich damit beschäftigt haben, sich vertieft haben. Ich verurteile diese Mönche nicht. Und ich schicke da aber auch niemanden hin. Weil das für Einzelne ist. Wenn jemand ein Mönch werden will und dann anfängt Gott zu suchen, er wird ein voller Abenteuer landen. Also wenn er entschieden hat, ich möchte Mönch werden und ist losgezogen. Seine Hormone werden ihn komplett zersprengen und er wird die Sünde auch im Kloster finden. Aber das ist dann schon nur so, weil er die Entscheidung getroffen hat, aber der Teufel weiß das ja. nicht Gott hat ihn gezogen, er hat selbst entschieden und Fleisch und Blut hat auch Kraft und dann geht das Abenteuer los, Sünde um Sünde. Aber wenn Gott da hineinführt, ich finde, das ist das höchste Privileg. wenn Gott es zulässt, solche Zeiten des Gebets des Betrachtens, das ist eine Zeit der übernatürlichen Dinge. Das ist nicht einfach nur Engel zu sehen, das zu sehen oder irgendeine Vision. Du gehst in die Geistliche Welt, in die Realität der Geistlichen Welt. Du öffnest nicht mal deinen Mund, du denkst nicht, du schaust einfach mehr. Du schaust einfach und verwandelst dich in das, was du siehst. Und du schaust einfach verwandelst und die geistliche Welt wird für dich reeller als diese physische Welt. Und wenn du Gemeinschaft hast mit Jesus Christus, das ist das gleiche wie auf dem Verklärungsberg. Du vergisst alles, was um dich herum ist. Du vergisst, dass du eine Familie hast. Du vergisst, die Welt um dich herum existiert. Und gewöhnlich in diesen Augenblicken sind sehr intime Begegnungen mit Jesus Christus. Weil er öffnet sich dir, nicht wie ein Hirte oder Retter. Er öffnet sich so, wie er ist. So wenn die diese Gebet des Betrachtens praktiziert hat, hinterher sich die Menschen in den größten Wundern. Das ist jetzt ein bisschen modern geworden, aber das, worüber zur Zeit im Internet gesprochen wird, da geht die Rede eigentlich nur um Soking. Molitwa Sazerzanie это высший Pilotage. Wenn wir da aufsteigen wollen, müssen wir lernen, Profis in den anderen Arten werden. Und meistens dieses Gebet des Betrachtens, das ist kein Geschenk Gottes, keine Gabe Gottes, sondern Gnade. Wir suchen das richtige Wort. Wohlgefallen Gottes. Das kann man sich nicht erarbeiten. muss einfach reifen. Und das wird dir nicht gegeben einfach um zu spielen. weil das ist so ein level an hingabe, dass du praktisch достиg высшей stepени довerius. die höchste Form an Vertrauen gegen Gott entgegen gebracht hast. In der Zeit des Gebets, Betrachtens, du schaust nicht einfach irgendwelche Bilder oder Visionen für dein Leben. Für dein Dienst oder deine Zukunft. Du gehst einfach in eine ganz andere Sphäre. du переход in die небes Ebene. Das ist nicht einfach geistliche Ebene, das ist die himmlische Ebene. Das ist auch nicht einfach Himmelbesuche, du bist wie ein Himmelsbürger und du befindest dich einfach dort. Wenn Menschen erzählen über Himmelbesuche, über klinisch Tod, du kannst den Zeugnissen nach beurteilen, wer eine tiefe Begegnung hat und wer einfach nur so auf einer geringen Ober, vor dem Himmel, vor Hof des Himmels. Und wer das tatsächlich erlebt hat. Das ist oft Menschen, die lange Zeit tot waren. Aber wir müssen nicht sterben. Irgendwo doch. Für für sich selbst. Aber wir müssen diesen physischen Tod nicht sterben, um das Gebet des Betrachtens zu praktizieren. Versteht ihr, worum es geht und seid ihr überhaupt aufnahmefähig noch? Könnt ihr noch ein bisschen empfangen? Wir müssen nicht physisch sterben. wenn wir es erlauben werden, uns selber hinein zu lassen in diese Sphären. Dafür benötigen wir Zeit. sogar Tage. Ich hatte solche Momente, aber sehr, 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 und ich habe so eine Sehnsucht danach. Sehr, ich sehne mich sehr danach. Das Leben und der Dienst, das nimmt einen so ein. Ich habe schon so gesagt. Die erste Woche im Oktober mein Mann ist auf der Arbeit und ich gehe zu Nina im Häuschen wohnen. Und Nina kann wieder zu ihrer Mutter fahren. Nina kann wieder zu ihrer Mutter fahren. Ich hätte das schon längst beantragt. Mein Mann ist schon dagegen. Das wird nicht klappen. Wir haben Haustiere. Hohntiere. eine Blume, eine lebendige Blume, die noch lebt. Ja, kann ja. Nina, meine Tiere sind geistlich. Ich fange an zu beten, da entstehen solche Tänzchen und ständig brauchen die etwas von mir. Oder wollen sie mit mir zusammen in den Himmel oder der Satan benutzt die. Irgendwie komme ich da noch nicht zurecht. Die eine fängt an zu miauen und kriegt mir in die Nase rein, in meinen Mund rein. Und ich kriege die nicht weggeschubst. Und der Hund fängt an zu bellen und zu springen. Hab die schon hinter die Tür gestellt und abgeschlossen. Dann fangen die miteinander sich an zu streiten, dann klopft der Hund schon an der Tür. Der kann die Tür aufmachen, aber wenn es abgeschlossen ist, und dann steht er und die Klinke hoch runter, hoch runter. Also ich liebe Tiere, aber in diesem Augenblick, dann hätte ich die und klopft und klopft. solche Ereignisse und Erlebnisse und hier so ein Krach. Ich salbe die alle. So. Fertig. Wir werden die Dämonen austreiben. Aus den Tieren. Aus den Schweinen wurden nicht ausgetrieben, die verstanden haben. Die hatten alle umgebracht. Ich bin ja fast Gott für meine Tiere. Ich treibe aus, ich salbe und dann schauen wir, was wird. Entschuldigung. Olga ist die Beste. Deshalb wenn jemand das Gebet des Betrachtens möchte, das muss man wünschen. Und wenn der Moment kommt, Gott wird euch nehmen und dann werdet ihr sehen, worüber wir gesprochen haben. Das ist nicht einfach nur geöffnete geistliche Augen. Das ist nicht einfach, dass du Engel siehst, die hoch und runter gehen. Das ist nicht einfach irgendwelche Gebäude. Das intensivste это intensiv nicht 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 wie es sagen. Perjewania intensiv nicht das ist das intensivste erlebnis. Все чувства alle Gefühle достиgают такого Pika alle Sinne, die erreichen so ein Höhen so eine Höhe Intensivität wahrscheinlich oder alle Sinne erreichen so eine Intensivität Intensität dass wirklich alle weltlichen Genüsse einfach ihren Wert verlieren ihren Reiz verlieren und Macht und Macht Silu und die Kraft genau Wir können manchmal für abhängige Menschen beten Manchmal reicht auch nur ein bisschen Salbung damit der Mensch von einer Abhängigkeit befreit wird aber dann wenn du пережiverst diese Intensivität Das ist das Gefühl, das Basisgefühl. Das ist das Gefühl, das einen Menschen lenkt. Oder was Macht über den Menschen hat. Im Grunde alle Abhängigkeiten, die liegen in diesem Zentrum. Das Zentrum, dieser Zentrum, der wirkt sich aus in unterschiedlichen Abhängigkeiten. Wenn dieses Zentrum befriedigt ist, dann hat der Mensch, ist er zufrieden mit allen anderen Dingen. Dann hat er nicht so einen Hunger vom Essen. Dann hat man nicht so das Verlangen oder die Sucht, Sachen zu kaufen, Klamotten zu kaufen. Und unterschiedliche Abhängigkeiten. Weil das alles mit diesem sexuellen Zentrum verbunden ist. Wenn du im Gebet diesen höchsten Punkt der Befriedigung erlebst. Oder Ekstase. Ja, man kann es auch so nennen. Das kommt wie so ein Siegel. Und es kommt eine völlige Zufriedenheit. Man ist befriedigt über die anderen Dinge alle. Und dann fängst du an, diese Welt zu gebrauchen. In einem gesunden Zustand. Art. Oder Art und Weise. Auf eine gesunde Art und Weise. Benutzt du die weltlichen Dinge. Amen. Dann isst du, weil du essen musst, weil der Körper das braucht. Das schmeckt gut, das ist lecker, aber das bringt dich nicht mehr um. Und genauso in den anderen Sphären allen. Wenn dieses Zentrum nicht befriedigt ist, das wird immer in irgendwelche anderen Extremen zum Vorschein kommen. Wenn diese Befriedigung durch das Gebet kommt, und es kommt genauso auch die Heilung für Beziehung. In allen Sphären. Eine gesunde Art und Weise, diese Welt zu gebrauchen. Понимаете? Поэтому Павел говорит, имеющие пусть будут как не имеющие. Deshalb sagt Paulus, diejenigen, die haben, die sollen so sein, als hätten die nicht. Потому что вот эта важность Materии или материальных вещей, weil diese Wichtigkeit der materiellen Dinge, она ослабевает. Das schwächt. Ты просто понимаешь, что все это проходящее. Das wird schwächer. Du verstehst einfach, dass das alles vergänglich ist. что ты не можешь ничего иметь до конца, как у тебя внутри вот эта Жажда. Du kannst nichts bis zum Ende festhalten oder in so einer Form, wie was in dir drin ist. Потому что ты понимаешь, ты купишь самую крутую машину, weil ты verstehst, du kaufst das coolste Auto, а она станет старой. Aber das Auto wird auch alt. Ты женишься на самой прекраснейшей девушке, она постареет. Ты купишь самые крутые Тряпки, и они после пяти стирок уже будут бледны. Но это мы можем проповедовать, но дойдет только тогда, когда придет этот момент удовлетворения. Das können wir alles predigen, aber verstehen tun wir es erst dann, wenn dieser Moment kommt, dieser völligen Befriedigung im Gebet. Поэтому мы тогда начинаем, тогда уже мы не понимаем или размышляем, тогда мы действуем уже так. Dann verstehen wir nicht nur und denken darüber nach, dann handeln wir dementsprechend. Тогда уже наши Emotии оздоровлены. Dann sind unsere Emotionen schon gesund. И мы не реагируем extremально depressивно или euphorично. Наши цели меняются в жизни. Вся наша жизнь переворачивается. Усер ganzes Leben dreht sich. Понимаем, о чем речь идет? Verstehen wir, worum es geht? Теперь не хватает практики, да? Jetzt brauchen wir noch Praxis. Потому что теория это только начало. Weil теория ist nur der Anfang. И Павел говорит, не слушатели Слова Божьего, а делатели должны быть. Jakobus sagt, nicht nur Hörer, sondern Тäter des Wortes. Halleluja! Да, правильно, он там про язык потом, да? Или после языка это он так сказал. А, это он перед языком уже так... Да, это он уже так подготовку делает, да? А потом за язык берет и вытягивает. Тäter die Zunge und zieht die raus. Halleluja! Halleluja! Поэтому молитва созерцания, она приводит нас в настоящую свободу. Das führt uns in die echte Freiheit. Вот тогда, когда хотя бы один раз, если мы переживем вот это вот, мы тогда поймем, что такое настоящая свобода. И что такое настоящая власть. И что такое настоящая переживание небеса. И поэтому Павел говорит, в теле или вне тела, не знаю. Поэтому он говорит, в теле или вне тела, в теле, не знаю. Но я знаю такого человека, который был там. Но я знаю, что такое и слышу. И Павел бы не был Павлом, если бы у него не было этого переживания. И понимаете, нужно полнейшее посвящение. И вы знаете, есть одна власть и всем открыт путь. И всем и всем это он открыт. Но почему-то мало кто достигает этих высот. Но из-за каких im Grunde sind es nur wenige, die diese Höhen erreichen. Weil wir sehr oft die materiellen Genüsse aussuchen. Und verwechseln die mit den geistlichen Dingen. In dieser Welt muss alles auf seinen Platz gestellt werden. Das Geistliche muss die höhere Position einnehmen. Das Materielle die niedrigere. Aber bei uns, uns Kinder Gottes, bei mir auch, da kommt oft ein Problem ins Leben. Wenn bei uns das alles umgedreht ist. Wenn das Materielle wichtiger wird als das Geistliche. Wir wachsen dahin und entwickeln uns. Und wir verstehen ganz genau, wir kennen keinen Menschen, der in den größten Wundern sich bewegt, der 20 Jahre alt ist. Meistens sind das alles Menschen, die schon in einem reifen Alter sind. Deshalb, wenn uns etwas nicht gelingt, das heißt nicht, dass man sofort enttäuscht sein sollte. Aber ich wünsche, dass wir in das Gebet des Betrachtens hineingehen und lauter, lauter Wunder sehen. Wisst ihr, wie ich möchte? Wisst ihr, wie ich möchte? Wenn jemand Schmerzen hat, ich bete und frage, besser? Und er sagt, nein, noch nicht. Und ich bitte noch mal, geht es dir jetzt besser? Nein, noch nicht. Ich möchte es auch nicht. Zu dieser Zeit muss man das jetzt so tun. Ich möchte aber, wir kommen, wir öffnen das Wort Gottes, Jesaja 53, Jesaja 53 lesen wir, und alle sind neu, die Himmel öffnen sich, alle sind da gewesen, oder der Himmel ist irgendwie hier gewesen. Wisst ihr, wenn ihr da gewesen seid, dann ist alles ein bisschen verschoben. Dann weißt du schon gar nicht mehr, wo was mehr befindet und was realer ist. Weil nach dem Gebet des Betrachtens ist es da sehr real und hier weiß man schon gar nicht mehr. Und dann sind alle auf einmal ganz neu, die Knochen sind alle neu, die Augen sind alle neu, alles ist neu und dann tanzen alle nach Hause. So möchte ich, so wünsche ich mir das. Wünschen darf man ja, ne? Wenn wir schon keine Grenzen haben, Wünsche zu äußern, dann nehmen wir schon alles, oder? Oder wenn wir nicht getanzt haben, wie sagt Viktor, dann fliegen wir oder schweben wir. Dann schweben wir nach Hause. Okay, das war jetzt die Information zum Gebet, vielleicht kommt später noch was mehr, aber zu diesem Zeitpunkt ist das alles. Jetzt reden wir über Fasten. Könnt ihr noch, seid ihr noch aufnahmefähig? Fasten ist nicht lange. Post? Was ist überhaupt Fasten? Wofür ist das notwendig? Gefasten haben die Menschen schon vor dem Christentum. Und jetzt, Yoga, das machen die Meister, die Fasten auch. Yogi. Das ist derjenige, der Yoga macht. Die Fasten auch. Die können sogar jahrelang nichts essen. Die sammeln die Energie vom Universum. Tesla-Motor придумал, das hat er irgendwie herausgefunden, dass er die Energie aus der Luft genommen hat. Und die sind wie Tesla für den Körper. Ich habe mich in ihre Praktiken nicht hineinvertiefst, weil wer nicht durch die Tür geht, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und deshalb alle heidnischen Praktiken, die, die, die übernatürlichen Praktiken, das funktioniert so. Aber das sind Dieben. Die gehen über den Zaun und nehmen illegal die Dinge, die wir durch Jesus Christus legal haben dürfen. Wenn wir uns in Jesus Christus mehr und mehr verlieben, wenn er uns mehr und mehr öffnet, dann ist der Himmel im Gegensatz zu ihm, der wird auch verblasst. Weil das ist Gott. Und jetzt schaut, wenn ich mich in ihn verliebe, er wird für mich die Tür zu der himmlischen Realität. Weil er ist die Tür. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Und er bewegt sich in diesen ganzen, in allen Realitäten. Wenn ich mit ihm eins werde, mehr und mehr, dann bewege ich mich im Prinzip mit ihm zusammen. euch nicht übersättigend. Das ist jetzt so mein. Понimаете? Lадно, na уровне головы. Also auf der Kopfebene. Потому что он ходит и ты ходишь с ним. Also er geht und du gehst mit ihm. Du bist in ihm. Поэтому вот эта интенсивность отношений должна усиливаться. Deshalb soll diese intensive Beziehung sich verstärken. Потом уже нет вопроса, можно небеса посещать или нет, ты просто автоматически. Weil dann stellen sich nicht mehr diese Fragen. Darf man den Himmel besuchen oder nicht? Du bist einfach mit ihm. Он тебя берет туда-sюда. Er nimmt dich einfach hin und her. Поэтому то, что в ней Христа, deshalb alles, was außerhalb Christus ist, это все нелегально. Das ist alles illegal. Нелегально. Nicht legal. Знаете, мы имеем привилегию, отклонение сейчас от темы, das ist jetzt ein bisschen ein Abzweig vom Thema. Мы имеем привилегию менять людей. Wir haben das привилег, Menschen zu verändern. Вы знаете, Ангелы не могут евангелизировать. Вы знаете, Engелы не могут евангелизировать. Они не могут, они знают Иисуса Христа, но они не могут тебя привести к Иисусу Христу. Они приходят к неверующим. Они приходят к неверующим. Они приходят к неверующим. И ко всяким мусленам, и буддистам. Zu мусленам, к боддистам. Вот наркоманы мне рассказывали, они видели духовный мир, они видят демонов, ангелов, они видят. Дrogenабхänger, die haben mir erzählt, die sehen die geistliche Welt, die sehen Dämonen, den Engeln. Но почему-то еще никто не покаялся, потому что они увидели духовный мир и покаялся. Aber irgendwie hat sich noch niemand bekehrt, obwohl sie die geistliche Welt gesehen haben. Вот то, что мы в прошлый раз говорили. Das, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Когда мы разговариваем или молимся за человека, мы вкладываем в него божественную субстанцию. Wenn wir für einen Menschen beten oder mit ihm reden, wir transportieren in ihn hinein göttliche субстанцию. И она, это семя начинает работать изнутри, и она поднимается и пробивается в него. И ангелы не могут эту субстанцию. Und die Engел können эту субстанцию не weitergeben. Weil der Geist Jesu Christi не в Энгелах не живет Он живет в нас. Не знаю, понятно, непонятно. Это verständlich. Да? И поэтому, когда мы молимся за кого-то, мы практически катапультируем человека к Богу. Мы катапультируем практически ihn к Богу. активируем то, что вложено в человека. Мы активируем то, что вложено в человека. не проголит. Это дуковные служители. Мы не должны их приняжать или возвышать. Это их роль. А у нас другая роль. Wir haben eine andere Rolle. Deshalb, wenn ein Engel kommt, der geht auch in allen Realitäten. Und der führt einfach das aus, was Gott ihm gesagt hat. In denen befinden sich nicht diese Empfindungen, die in Jesus Christus sind. Wenn Gott ihm sagt, zum Beispiel, den Kopf abhaken, dann macht er das im Geist und du fällst einfach hin und fertig. Dein Körper fällt hin und du stirbst. Also, die haben einfach nicht diese Empfindungen. Aber wir haben das. Wir haben göttliche Empfindungen. Und wenn wir zu Menschen reden, alle diese Empfindungen und Gefühle, die fließen in den Menschen über. Und je intensiver und stärker der Geist Christi in mir wohnt, umso stärker ist mein Einfluss auf den Menschen. Damit es ihm besser geht. Post Fasten это просто ich werde jetzt einfach mein Verständnis darüber erzählen. Потому что будут какие-то опять же проповедники будут что-то другое рассказывать. Weil es wird wieder andere Prediger geben, die was anderes erzählen werden. Не надо говорить это не так. Müsst ihr nicht sagen nee, das ist nicht so. Они будут говорить о своей Facette Die werden ihre Facette des Verständnisses erklären. Post это как Benzin в огонь. Fasten das ist so wie Benzin oder Sprit ins Feuer. Есть разные Postы там телевизор не смотреть и то, то, Es gibt unterschiedliches Fasten also Fernsehen auf keinen Fernseher gucken oder sonst was. Я сейчас буду говорить о еде о кушать. Ich werde jetzt über das Essen sprechen. Когда мы кушаем что-то смотря что мы кушаем у нас уходит много энергии на переваривание пищи для декорации. Ну я так примерно сейчас скажу это не медицински коррект. Das ist jetzt nicht медицинisch коррект, aber ich werde jetzt ungefähr was sagen. Просто пример приведу. Einfach ein Beispiel bring вот я например съела кусок мяса из этого куска мяса будет 100% энергия. Aus diesem Stück Fleisch ergibt 100% энергии. Aber um das zu verdauen wird mein Körper 80% Energie gebrauchen. Gewinn ist 20% davon. Verstehen wir das это некorrect по медицински. Das medizinisch ist nicht korrekt jetzt. Просто сейчас а то закидают медики меня камнями. Sonst werden die медицина mich steinigen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Jetzt смотрите. Wenn ich entscheide zu fasten, во первых вот diese зависимость от еды, она начинает меня терзать. Das fängt an mich zu quälen. Wenn ich das aber überwinde und in der Ruhe bleibe und bei mir dieses Hungergefühl weggeht, то эта энергия, которую бы я из тратила на переваривание пищи, dann ist diese Energie, die ich dafür gebrauchen würde, um das Essen zu verdauen, она остается во мне и я ее могу направить в сторону Бога. Und ich kann die Richtung Gott lenken. Unser Körper hat eine große Macht über unsere Seele. Versuch mal, wenn du mal zur Toilette musst und sag mal deinem Körper so, zwei Tage gehen wir nicht zur Toilette. Der Körper macht seine Funktion. Und eine Funktion davon ist Essen oder das Essen aufzunehmen. Das ist der erste Punkt, die Energie bleibt bei mir. Und ich fange an in die Richtung Gott zu lenken. Und wenn ein paar Tage vergangen sind, diese ganze Kraft, die habe ich schon verbraucht, mein Körper wird geschwächt und diese Funktion, die etwas verlangen, fordern, die schwächen auch ab. Alles beruhigt sich. Und ihr könnt sogar merken, dass sich die Zeit dehnt. Warum? Weil dieses Verlangen und das Fordern von etwas schwächt. Und hier kristallisieren sich die Motive des Herzens heraus. Wenn jemand zum Beispiel betet, ich möchte ein neues Auto, so ein cooles Auto, ein Beispiel. Nach drei Tagen du kommst in so einen Zustand, dir ist das Auto völlig egal. Dir ist das und das schon von egal. Du verstehst dann, was eigentlich wichtig in meinem Leben ist. Du fängst an, deine Motive zu überschauen, überdenken. Und in diesem Zustand verstehst du dann, wie zerbrechlich dein Leben ist. Und dass die Ewigkeit viel wichtiger ist. Und wenn du richtig diese Etappen des Gebets gehst, dann fängst du an, um Erkenntnis Gottes zu beten. Und wenn du in dem Fasten und beten bist und mit jemandem gestritten hast, weißt du, wie egal es dir sein wird, wer recht hat und wer nicht recht hat? Du bist fast im Gebet gegangen, um dein Recht zu beweisen. Nach drei Tagen wird dir das völlig egal sein, wer recht hat, wer nicht recht hat. Wenn der Hunger sich bei dir noch nicht beruhigt hat, dann wirst du verstehen, wer der stärkste ist, wer der wichtigste ist. Dann wirst du so sehr essen wollen, wenn du noch nicht in diese Ruhe hineingekommen bist. Und du wirst so sehr essen wollen, dass dir so was von egal ist, wer recht hat und wer nicht recht hat. Wenn du aber dann trotzdem anfängst, das Angesicht Gottes zu suchen und Gottes Gegenwart, du wirst das danach verlangen und dann kommt diese Beruhigung. Der Darm beruhigt sich alles beruhigt sich, der Magen beruhigt sich. Поэтому Post ist wie Benzin in Agon. Deshalb Fasten ist wie Benzin ins Feuer. Das stellt alles an seinen richtigen Platz. Und Gott sieht es, wie bei dir die Umstellung der inneren Motive zurecht gerückt wird. Post успокаивает твоi platzki потребности. Fasten beruhigt deine fleischlichen Bedürfnisse. Tebe потом уже действительно неважно сколько стоят твои Sапоги. Dir ist unwichtig, wie teuer deine Stiefel sind. Приходит опять же это надо испытать. Невероятное Доверие к Богу. Also das muss man erleben. Es kommt ein unglaubliches Vertrauen Gott gegenüber. Ich faste nicht, damit jemand gesund wird. Потому что когда я вхожу в пост мне все равно кто болеет кто не болеет. Wenn ich faste, dann ist mir das egal wer krank ist oder nicht. Sogar ich sage euch jetzt folgendes Geheimnis. Sogar die Probleme deiner Kinder die hören auf irgendeine Rolle zu spielen. Und während dem Fasten und Beten ты дойдешь до того Punkt wo du просто жаждешь Бога. Du kommst dann einfach zu dem Punkt wo du einfach nach Gott verlangst. Du willst einfach nur Gott. Alles andere kann tun und machen was sie will. Du willst einfach nur Gott. Und вы знаете не в каждом посте бывают какие-то интенсивные ощущения или какие-то приключения не в каждом. Nicht in jedem Fasten gibt es besondere Ereignisse oder Abenteuer. Nicht in jedem Fasten. Es kommt vor, ты erlebst so ein Fasten и ничего не произошло. Aber ты выходишь из Fastа и через недели две и nach zwei Wochen ты видишь большие изменения в себе. Und dann siehst große Veränderungen in dir selbst. Ты видишь как ты созрел, как ты изменился, как отношения изменилась к другим. И потом только могут прийти какие-то особые переживания или ощущения. Dann erst kommen besondere Erlebnisse oder Empfindungen. Во время Поста даже тело нам помогает когда тело не получает еду, оно начинает брать из жировых запасов. И это чистейшая энергия. Она высвобождается без всякой потери. Это чисто телесном уровне. Это просто к организм уровне. Там даже высвобождаются эндорфины. Я не знаю, как эндорфины. По-русски как гормоны счастья. По-русски не знаю, как сказать. Ну, Also fasten kann auch zu einer Abhängigkeit werden. Das möchten wir auch nicht. Wie sollen wir fasten? Es gibt unterschiedliches Fasten. Ins Fasten muss man langsam hineingehen. Besonders, wer noch nie gefastet hat. Ich rate nicht, in einen radikalen Fasten hineinzugehen. Ich rate, in einen Fasten von Daniel hineinzugehen. Wir lesen Buchter. Daniel, er hat 20 Tage gefastet. Dann am 24. ist der Engel gekommen. Wie hat er gefastet? Er sollte arbeiten. Er hat für den König gearbeitet. Er war immer bei dem König. Er konnte nicht sagen, so, ich faste, ich arbeite nicht. Wie hat er gefastet? Was lesen wir? Er hat kein leckeres Brot gegessen. Er hat kein Fleisch gegessen. Und er hat kein Wein getrunken. Also, was bleibt? Nervkusen. Kein leckeres Brot. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Mir schmeckt das immer so gut. Es bleibt Obst. Obst und Gemüse und Wasser. Ich weiß, die Orthodoxen, die schieben da noch den Fisch hinein. Ich würde das jetzt so nicht machen. Also, wenn es gar nicht mehr geht, man kann auch essen. Das ist ja keine Quälerei. Das soll ja keine Quälerei sein. Ich denke, dass Daniel schon Erfahrung mit Fasten hatte. Wer noch keine Erfahrung hatte mit Fasten, beginnt mit drei Tagen. Drei Tage ganz bisschen Obst und Gemüse und Wasser. Wer das überlebt, versucht in einer Woche, einen Tag gar nichts zu essen. Meistens in diesen drei Tagen, besonders Männer ohne Fleisch, die sterben schon. Поэтому, wer das überlebt, in einer Woche, einen Tag gar nichts zu essen. Wer das überlebt, Derjenige, der arbeitet. Wer schon geübt ist, der kann auch drei Tage komplett ohne essen. Wer denn schon ganz stark ist, ihr könnt natürlich eure Grenzen erweitern. Aber, wenn ihr in ein radikales Fasten hineingekommen seid, und euch komplett verliert, in diesen geistlichen Gefühlen oder Erfahrungen, und irgendjemand zu euch aus der Gemeinde kommt und sagt, hör mal zu, Bruder oder Schwester, ich glaube, das reicht. Rebelliert nicht. Hört zu. Weil irgendwo seid ihr wohl ein bisschen zu weit reingegangen. Gott braucht nicht einen Fastentod. ein Tod des Fastens. Vom Fasten. Ein ganz wichtiger Moment. Wie gehe ich aus dem Fasten raus? Ich erkläre euch, wenn ihr jetzt zwei Wochen da gewesen seid, Wasser und der Heilige Geist, dann darf man nicht sofort ein Stück Fleisch essen. Unser Körper, der gewöhnt sich ab vom Essen. Und wenn man ein Stück Fleisch dann runterschluckt, das kann zu einem Verdauungsstillstand führen. Weil der Körper jetzt mit einem Schlag auf alles wieder abgeben muss, die ganzen Enzyme und was weiß ich, was zum Verdauung gehört. Und es kann zum Kollaps kommen. Das ganze System kann brechen. Und deshalb gab es tatsächlich Fälle, wo Menschen nach dem Fasten gestorben sind. Ich werde euch das jetzt mal wegen den Nebennieren erklären. Die arbeiten Cortison hervor. Wer weiß, dass man Cortison nie einfach so abbrechen darf. Jetzt hör zu, warum. Das ist genauso mit dem Verdauungssystem. Wenn die Nebennieren Cortison hervorbringen, das beruhigt die Entzündungen im Körper. Zum Beispiel, ein Mensch braucht eine hohe Dosis an Cortison, um Entzündungen zu hemmen. Man beginnt, die Dosis zu vergrößern. Weil die Nebennieren, die können nicht so eine große Menge an Cortison herausarbeiten. Was produzieren. Was passiert im Körper? Die Dosis von den Tabletten wird vergrößert. Unser Messzentrum, der das Cortison misst. Er sagt, er gibt ihm ein Signal, den Nebennieren, es reicht. Du sollst kein Cortison mehr weiter produzieren. Es reicht, mehr brauchst du nicht, weil im Blut genug da ist. Aber wir erhöhen die Dosis, weil der Arzt das gesagt hat. Und die Nebennieren hören auf, Cortison zu produzieren. Was passiert jetzt? Ihr müsst auf die Ärzte hören. Das ist genau das gleiche Prinzip mit Antidepressant, also mit Antidepressiva, also mit unterschiedlichen Medikamenten. Die Nebennieren hören auf zu arbeiten. Die haben Urlaub. Aber die Tabletten, die halten die Dosis im Blut. Und wenn jetzt diese Entzündung schon weggegangen ist, und der Arzt sagt, wir verringern jetzt die Dosis. Und dann gibt es solche schlauen Menschen, die kennen diese Mechanismen nicht. Die hören sofort damit auf und hören nicht auf den Arzt. Warum? Wir erniedrigen die Dosis und unser Messzentrum, der die Dosis im Blut misst, er sagt den Nebennieren, los, fangt an zu arbeiten, es ist schon wenig im Blut. Und die Nebennieren fangen wieder an, so ein bisschen zu produzieren. Der Arzt sagt, wir verringern die Dosis. Und unser Messzentrum sagt, oh, es ist noch weniger geworden, also wir müssen mehr hervorbringen. Und die Nebennieren fangen langsam an, beginnen ihre Arbeit. Was passiert, wenn wir so schlau sind und einfach die Tabletten weglassen? Wir schneiden das ab. Unser Messzentrum sagt, oh, Panik, schnell, produzier Cortison, das Ende der Welt, wir haben kein Cortison mehr, wir sterben gleich. Und die Nebennieren fangen sofort an, mit Turbo zu arbeiten und es passiert ein Kollaps. Es zerbricht alles. Und auf dieser Ebene, auf der Gedankenebene, können psychische Störungen stattfinden. Es können irgendwelche Behinderungen sogar passieren. Und der Mensch kann überhaupt auch sterben. Jetzt genau diese Funktion passiert mit unserem Pischewahrungsapparat. Genau das Gleiche geschieht auch hier mit unserem Verdauungssystem. Weil die Leber produziert das eigene und unsere Bauchspeicheldrüse und jedes Organ hat seine eigenen Aufgaben. Der Magen, die Magensäure. Und jetzt stell dir vor, du hast keine Magensäure und du legst ein Stück Fleisch rein, das ist wie Gift. Deshalb muss man aus dem Fasten ganz langsam rausgehen. Habt ihr alle verstanden? Nicht, dass wir dann irgendwelche Abenteuer haben. Wir hatten schon, dass schon jemand in der Psychiatrie gelandet ist. Dass ein Mensch nicht getrunken hat und sich eine Thrombose gebildet hat. Fast wäre er gestorben. Stellt euch vor, wenn die Thrombose sich gelöst hätte und dann wäre er schnell bei Jesus Christus. Aber das ist ja nicht der Sinn vom Fasten. Versteht ihr? Vielleicht ist es ja euch ein bisschen langweilig, aber das ist ein wichtiger Punkt. Habt ihr die Funktion verstanden, wie der Körper arbeitet? Deshalb, wer sich für ein radikales Fasten entscheidet, zwei Tage nicht gegessen hat. Zwei Tage nicht gegessen hat. Zwei Wochen nicht gegessen hat. Zwei Wochen gehst du auch aus dem Fasten raus. ins Fasten reingehen kann man schneller, aber rausgehen sehr langsam. Deshalb, wenn wir aus dem Fasten rausgehen, wir fangen mit einer kleinen Brühe an und dann ein ganz, ganz bisschen Kartoffelchen da rein und jeden Tag irgendetwas hinzufügen. Wenn die ersten Tage wirklich dein Magen ist leer, du hast nichts gegessen, dann zwei Tage ein Boulionчик nicht gegessen hat. Wenn du zwei Tage nichts gegessen hast und hinterher dann trinkt zwei Tage noch diese Brühe. Zwei Wochen? Zwei Tage hast du jetzt gesagt. Nein, zwei Wochen du nicht gegessen hast, zwei Tage Brühe. Achso, wenn du zwei Wochen nichts gegessen hast, dann zwei Tage Trink diese Brühe. Und dann hinterher kannst du dann ein bisschen was hinzufügen. Zwei Mакaronki. Zwei Nudeln. Eine Kartoffel, vielleicht ein Gemüse ist auch ganz gut. Tomatensaft ist spitze. Tomatensaft, abrikosa Saft, pürierter Saft. Das ist schuldig, es ist schuldig. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben schon Erfahrung mit unterschiedlichen Sachen. David hat uns eine Ausgleichung. David ist bei uns ein extra Fall. Also was am Benzing, der kommt, jedes Jahr, am Anfang des Jahres, fastet er 40 Tage. Nein, ich glaube mit fastem. Komplett ohne Essen und ohne Trinken. Aber das ist schon, das ist übernatürlich. Wir wollen jetzt nicht sofort in so einen Fasten hineingehen. Wir wachsen. Wer von euch kennt Tatjana Belaus? Also schaut ihr Zeugnis euch an, die war drei Tage tot. Sie sagt mir über Skype, Ich habe 40 Tage nicht gegessen, nicht getrunken. Und die sagt, wie? Weil die ist schon alt. Und dann sagt der Herr, weißt du was, noch 40 Tage. Dann habe ich noch weitere 40 Tage nicht gegessen und nicht getrunken. Aber wiederum, das ist ein Mensch, der drei Tage tot war. Sie hat sogar manche Organe gar nicht. Nach dem Computer nach ist sie blind. Aber sie sieht alles und tut alles. Weil sie ein übernatürlicher Mensch ist nach diesem Ereignis. Deshalb, ich entscheide mich nicht auf 80 Tage Fasten ohne Essen und ohne Trinken. Alle Dinge müssen nach dem Glauben nachgeschehen. Nicht nach dem Glauben von jemandem, sondern nach meinem Glauben. Wenn ich nicht so viel Glauben habe, so wie Olga fastet und betet, dann werde ich das nicht machen. Diabetiker, die sollen auch anders fasten. Und ich möchte euch was sagen. Sehr oft nach dem Fasten wird man vom Diabet geheilt. А вы знаете, wie schnell die Talie образуется. Und wisst ihr, wie schnell sich die Talie wieder herstellt? Wir haben Größen, wir beide, von mehreren Größen. Sie hat nur zwei, ich habe mehrere. vielleicht hat sie ja auch mehr Größen. Wenn wir fasten, gehen wir in einen Schrank, wenn wir aus dem Fasten rausgehen, dann gehen wir uns zum anderen Kleiderschrank. Und wenn du fastest, bist du so blass. Füße, die zittern. Am Anfang, wenn du ins Fasten hineingehst, bist du so aggressiv. Alle gehen dir auf die Nerven. Aber wenn schon die Füßchen zittern, bist du so ein liebender Mensch. Tебä вся семья так любит. Die ganze Familie liebt dich so sehr. Und da aus тебя der Segen trieft. Du möchtest kein Wort zu viel, sagen. So eine Heiligkeit kommt auf dich herab. Könnte ich nicht mal vorstellen. Das ist jetzt ein bisschen Spaß, ein bisschen übertrieben. Aber ich möchte euch sagen, das Gebet, das ist sehr wichtig. Fasten ist auch wichtig, aber das ist nicht das Gebet. Wenn du nicht beten kannst und fängst aber an zu fasten, das wird einfach nur eine Diät oder ein Hunger sein. Und dann mit Jo-Jo-Effekt. Wenn du aber schon beten kannst, füge noch das Fasten hinzu. Und das wird wie Benzin ins Feuer sein. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr die stellen. Dann gehen wir gleich beten. Wir haben hier natürlich fast wie Sonntagsgottesdienst. Dann werden wir hier beten. Wer natürlich nach Hause möchte, der darf gehen, aber wir werden hier beten. Fragen. Wie viel darf man trinken während dem Fasten? Wie viel du willst? Wie oft du möchtest? Wenn ich anfange zu fasten, ich trinke so viel Tomatensaft. Nun, bis man ins Fasten reingeht. Und so viel Tomatensaft, das ist ja fast wie Suppe. Wenn du dann aber ins Fasten hineingehst, mit seinem Wasser oder Tee. Jeder muss nach seiner eigenen familiären Situation abschauen. Wenn du den ganzen Tag unterwegs bist und mit den Kindern und viel beschäftigt bist, man muss nicht in Extreme fallen. Wer arbeitet? Der Sinn liegt nicht im Hungern. Nicht im Hungern. Lernt erst mal zu beten und dann zu fasten. Die Frage ist, darf ich fasten, wenn ich Tabletten nehme? Ja. Antidepressanten. Ja. Die Depression verschwindet schnell. Aber erst mal muss man lernen zu beten. Wenn man nicht dieses Verlangen nach Gebet hat, der Hunger wird alles bedecken. Das ist nicht der Sinn, wenn man drei Tage geht und nur an die Kartoffeln denkt. Dann betet man schon zu der Kartoffel. Das ist schon das Gebet. Kartoffel, Kartoffel. Das Gebet geht auf die Kartoffeln. Das ist dann schon alles ... Kartoffeln, Kartoffeln, Hähnchen, das ist schon alles ... Das ist meistens für die Ersten, die gerade sich auf den Weg machen. Aber lernt erst mal zu beten, damit der Hunger nach Gott den anderen Hunger überdeckt. Frage? Wenn ich in dieser Übergangsphase, wenn ich anfange zu fast agressiv bin und dann in dem Übergang zur Ruhe, wenn ich diesen Übergang nicht schaffe in die Ruhe, hat das Fasten dann überhaupt noch Sinn? Seid nicht ganz so streng mit euch selbst. Wenn irgendjemand es nicht geschafft hat, in diese Ruhe hineinzugehen, überzutreten und es nicht ausgehalten hat und sich satt gegessen hat zum Beispiel, dann nach ein paar Tagen versuche es nochmal. Es gelingt nicht alles vom ersten Mal. Es steht geschrieben, klopft und es wird geöffnet. Keiner hat geschrieben, wie oft man da klopfen soll. Wie oft soll man klopfen? Und ich sage, probiere so lange, bis es klappt. Wir wissen, in der Bibel haben wir dieses Beispiel, wo die Witwe bei einem Richter um ihr Recht kämpft. Und sie sagt, das geht mir schon so auf den Keks, jetzt los, gebt ihr mal das, was ihr will. Es gibt Beispiele, wo wir einfach unsere Sturheit einsetzen sollen. Hat das nicht geklappt? Nächste Woche. Ne получилось, ich probiere es nochmal. Hat das wieder nicht geklappt? Ich probiere es nochmal. Und wisst ihr, solange wir uns mit diesen Dingen beschäftigen werden, der Teufel wird uns versuchen, in irgendwas in unseren Kopf reinzuschlanzen. Und das wird nicht mal Platz finden. Weil wir sind damit beschäftigt, darum zu kämpfen. Wir wollen fasten. Und hier kommen nicht mal diese gesündigen Gedanken hinein. Deswegen probiert so lange, bis es klappt. Nach der eigenen Situation, Gesundheit und Umstände. Amen. Gibt es weitere Fragen? Christenstum ist nicht für Schwächlinge. Deshalb fangen wir an, unsere Muskeln zu trainieren. Und die Muskeln trainieren wir nicht sofort mit 150 Kilo. Erstmal 3 Kilogramm, dann 5. Frauen, wenn ihr fastet und Essen kocht, dann zählt ein Tag für zwei. Und man muss nicht 5 Löffel probieren, ob das genug mit dem Salz ist oder nicht. Das ist schon fast eine kleine Mahlzeit. Dann guck mal, ist das Fleisch durch oder nicht. Und dann guckst du, der Schenkel ist schon halb weg. Und dann, ach ja, ich faste ja. Ah ja, dann noch zwei Liter Tomatensaft. Und dann hast du schon ein ganzes Menü. Vorspeise, Hauptspeise. Und nach Tisch. Und dann irgendwie, oh, irgendwie klappt das mit dem Gebet nicht. Halleluja. Nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Amen. Nun, Wapros ist, zadaite heute. Habt ihr denn noch Fragen? Stellt doch, welche Fragen doch noch. Теперь, na tему Fasten. Всем so понятно? Zum Thema Fasten. Ist jedem alles klar? Wenn irgendwas nicht verständlich ist, dann schaut euch das Video an. Waprosse возникнут, zapichите. Wenn irgendwelche Fragen dadurch entstehen, schreibt die auf. Ich habe mir Mühe gegeben, das alles sehr deutlich zu erklären. Aber vom geistlichen Aspekt her ist es sehr wenig, was ich erzählt habe. Ich weiß, dass es noch mehr und größer und tiefer gibt. Aber diese Offenbarung habe ich noch nicht. Amen? Amen.